Liebe Zuschauer, wir befinden uns hier auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses in Hedstädt. Ein Areal, das seit über zwei Jahrzehnten mehr oder weniger im Dornröschenschlaf liegt. Das soll sich ändern und dafür steht Herr Dezner hier neben mir. Herr Dezner, stellen Sie sich mal kurz den Zuschauern von Punktum vor und welche Firma steht hier dahinter? Ja, ich begrüße die Hedstädter und ich selber bin Hedstädter. Das Krankenhaus Hedstädt wurde durch Zufall an uns letztes Jahr mehr oder weniger zugespielt. Die Firma, die dahinter steht, ist die ID Invest. Das ist eine Investmentgesellschaft, die in Hedstädt ansässig ist, der ich als Geschäftsführer vorstehe. Die ID Invest entwickelt deutschlandweit Immobilien im Bereich des Pflege- und Sozialmarktes, wobei wir hier was Spezielles in Hedstädt haben. Wir werden diese Immobilien in unserem Bestand lassen. Das heißt, wir werden sie nicht für Dritte entwickeln und dann vermarkten, sondern das ist eine Eigenentwicklung. Wir finanzieren das selber und werden es auch selber nach außen propagandieren. Das heißt, wir werden in Hedstädt investieren mit Hedstädtern und ein Objekt für Hedstädt für die Stadt realisieren. Welchen Zeithorizont gibt es denn da? Wann soll das Objekt fertig werden und wie viele Plätze werden hier geschaffen? Wir haben aktuell einen Bauablaufplan erstellt und sind momentan soweit, dass wir den Bauantrag in Vorbereitung haben, der in den nächsten drei Wochen eingereicht wird. Wir haben jetzt die Abrissgenehmigung, weil wir müssen ja einfach mal unterteilen. Wir werden zwei Bauabschnitte realisieren. Im ersten Bauabschnitt wird ein großer Teil des alten Krankenhauses, was Sie hier hinter uns sehen, abgerissen und es wird ein Teil des Krankenhauses bestehen bleiben. Die Realisierung von ca. 1400 Quadratmetern vermietbarer Fläche wird bis nächstes Jahr um diese Zeit abgeschlossen sein. Also dann wird dem ersten BA ein Betreiber aus Hedstädt hier 23-24 barrierefreie Servicewohnungen anbieten. Es wird Aufenthaltsbereiche geben, es wird ein Kaminzimmer geben und es wird auch ein Teil der Verwaltung mit in diesen Bereich wandern. Das ist ja jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da kann man nur die Daumen drücken, dass das klappt in den nächsten zwölf Monaten, dieses ehrgeizige Projekt auch so umzusetzen. Man weiß, bei Bau kann viel passieren. Aber ganz in unmittelbarer Zukunft wird es doch ein paar, denke ich mal, Lärm- und Dreckbelästigung geben durch den Abriss. Ja, der Abriss wird nicht ganz schmerzfrei, sagen wir mal, in dieser Ecke passieren. Wir werden den Altbestand innerhalb der nächsten drei Monate, beginnend mit einer Genehmigung ab dem 1. April, entkernen und anschließend abreißen. Das Abreißen heißt natürlich etwas Staub, Dreck und Lärm und vor allen Dingen wollen wir darauf hinweisen, dass der Abraum ja auch weggefahren werden muss. Das heißt, es wird eine Beeinträchtigung der St. Jakobistraße hier draußen geben, wo wir auf das, naja, möglichst geringe Mitwirken auf Dritter hinweisen wollen. Also es wird Beeinträchtigungen geben, auch auf der Straße und auch auf die Anwohner, aber wir versuchen es zu vermeiden. Wenn es dort zu Diskussionen oder wenn es dort zu Problemen führt, dann sind wir da gerne zu Gesprächen bereit und sind an der Optimierung beteiligt. Aber wir wollen nochmal darauf hinweisen, wir entkernen im Herzen von Hedstedt eine vor sich hin gammelnde Ruine, die einmal eine Gefährdung darstellt und die auch zukünftig dann eine Bereicherung unserer innerstädtischen Bereiche darstellen wird. Wir schaffen einfach einen Wohnfleck, der mitten in Hedstedt momentan nicht genutzt ist. Und ich denke mal, das ist doch der Abrisswert. Also diese Beeinträchtigungen werden sich im Nachhinein mit der Qualität, die hier entstehen wird, aufheben. Ja, dann wünschen wir, dass das so klappt und dass das nicht allzu lange ist. Nur die letzte Frage, wenn es wirklich irgendwelche Probleme gibt, wie können Anwohner oder andere Betroffene sich erreichen? Wir werden innerhalb der nächsten 14 Tagen auch vorne ein großes Banner mit an unserem Gebäude hängen haben und dort wird eine Anschrift, eine Telefonnummer vorhanden sein, wo wir zu Fragen gerne zur Verfügung stehen. Vielen Dank.